Doch bevor diese ganze Symphonie fertiggestellt war, überkam Dvorak das große Heimweh. So reizvoll New York und seine Bewohner waren, die Heimat konnte er nicht vergessen. Mit seiner Familie beredet er schon, was er in den vier Monaten seines Urlaubs alles zu Hause erledigen und genießen wollte. Da überraschte ihn sein Schüler Josef Kovarek mit einer Einladung besonderer Art. Herr Dvorak, ich weiß, wie sehr Sie sich auf Ihren Urlaub in der Tschechoslowakei freuen. Ja, ich kann's kaum erwarten. Ich hab's auch den Abgesandten aus Spilwell gesagt, dass es zwecklos ist, sie von ihrem Plan abzubringen. Aber die Leute glauben mir nicht und wollen es von ihnen selbst hören. Was glauben sie nicht? Und wer sind diese Leute? Sie kommen aus Spilwell, einer kleinen Stadt im mittleren Teil der USA. Ist das nicht oben am Mississippi? Ich hab den Namen schon irgendwann gehört. Genau. Und sie kennen den Ort vielleicht auch deswegen, weil in ihm nur Tschechen wohnen. Landsleute, die vor einigen Jahren hierher ausgewandert sind. Ja, was wollen die Leute von mir? Sie bitten sie, ihren Urlaub in Spilwell zu verbringen. In der ganzen Umgebung sieht es aus wie in der Tschechoslowakei. Es gibt viel Wald. Sie können stundenlang durch Felder wandern. Und man spricht nur Tschechisch. Sie werden sich also wie zu Hause fühlen. Wie zu Hause fühlen. Und meine Kinder? Immerhin freue ich mich auch darauf, vier meiner Kinder wiederzusehen. Das ist kein Problem. Die Bürger von Spilwell bezahlen auch die Überfahrt ihrer Kinder nach Amerika. Es soll ihnen dann nichts fehlen. Das klingt verlockend. Wenn ich es so schön haben könnte wie in der Heimat und meine Kinder um mich herum hätte, das wäre doch was. Geben Sie den Leuten Bescheid. Ich komme gern. Und danke jetzt schon für die Gastfreundschaft. Geben Sie den Leuten Bescheid.